Das Verfahren gegen Ballier in Halle hat heute vor dem Landgericht in Magdeburg begonnen und man gibt diesem armen Irren nunmehr die Chance in die Weltgeschichte einzugehen. Was ist passiert? Der Gesetzgeber hatte die Möglichkeit vorgesehen, dass in bestimmten Verfahren nunmehr Tondokumente des Verfahrens aufgenommen werden. Bei Stéphane Ballier soll dies nunmehr passieren. Ein rechter Spirrer, Antisemit und Ausländerfeind hat nunmehr also die Gewissheit, dass er etwas Besonderes ist und in die Geschichte eingeht. Ich fürchte, dass damit unsere Justiz ein falsches Zeichen setzt, auch wenn ich grundsätzlich ein großer Freund dieser Form der Verfahrensdokumentation bin. Warum es gerade bei diesem antisemitischen Anschlag sein soll, sein muss, warum man gerade hier in Kauf nimmt, dass wir Legenden schaffen, die es so nicht geben sollte, das bleibt für mich unklar. Nach allem, was man in der Presse liest, hat der Attentäter von Halle ja jegliche Chance genützt, um deutlich zu machen, welche Geisteshaltung seinen kleinen Kopf beherrscht. Ich selber würde mir wünschen, dass in den kleineren Verfahren, dort wo Unrecht zum Alltag wird und dort, wo der Staat tagtäglich versagt, dass dort die Möglichkeit der Dokumentation zumindest für wissenschaftliche und Pressezwecke erfolgen würde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass zum Beispiel im Familienrecht, aber auch im kleinen Strafrecht damit erheblich weniger Unrecht und erheblich weniger Unzufriedenheit mit der Justiz entstehen würde. Und alles für ein Appel und ein Ei, das heutzutage ein kleines Aufnahmegerät und ein Speicherchip kostet. Wie seht ihr die Situation? Sollte diese Möglichkeit eher zum Standard werden? Diskutiert mit mir in den Kommentaren. Und alles für ein paar Minuten.